Und herzlich willkommen liebe Freunde zu einem neuen, ja kurz jetzt angespielt, ich weiß gar nicht wie lange das geht, wir spielen Dungeon Nightmare und ich hoffe erstmal, zwei, ich hoffe erstmal, dass das Mikrofon passt, irgendwie war ich jetzt in der Testaufnahme nicht so zufrieden, aber wir gucken trotzdem mal, vielleicht geht das ja. Ja, mein Schatz ist dabei, kennt ihr ja schon, wo wir uns angespuckt haben und jetzt spielen wir, wie schon gesagt, Dungeon Nightmares 2 und dieses Rauschen, kommt nicht vom Mikro, das kommt vom Spiel, ist, der erste Teil war noch ein Mobile Game, soviel ich weiß, ist dann Ende 2014 als Desktop-Version, glaube ich, herausgekommen und scheint ziemlich gut gewesen zu sein, bloß habe ich es nicht gespielt, ist aber vollkommen egal, weil wir starten jetzt einfach mal in den zweiten Teil und gucken mal, wie der so ist, wie gesagt, noch eine Demo-Version, ist jetzt zur Zeit auch bei Steam Greenlight, so, dann mal gucken, was uns erwartet. Ich hasse es, den werden wir ab morgen wieder hören, übermorgen. Oh, das ist alles sehr, sehr dunkel, wie ich gerade sehe, ich gucke mal eben, man kann es jetzt leider auch nicht heller stellen, aber tröstet euch, wir sind hier genauso wenig, weil wir hier das Licht anhaben müssen, für die Kamera. Okay, Radio, Schub, wenn man nichts erkennt, ich mache hier mal aus, läuft immer nur diese Scheiße, war da was drin? Hm, nein. Hm, nein. Oh, das ist leer. Das müssen wir noch, oder? Doch, ein Schub ist da noch. Der ist auch leer. Man kann sich auch nicht ducken, wie ich jetzt gerade sehe, und wie gesagt, man sieht einfach nichts. Oh, hallo. Armeisen. Oh, Licht, guck mal, Licht. Toll. Oh, warte mal. Ah, Licht. Guck mal. Licht. Dieses Bett hat keine Zudecke. Doch. Doch. Hier, guck mal. Ah. Also wäre optimal für uns beide geeignet. Ah, wegen wenig Platz, würde ich sagen. Für mich. So, dann schauen wir mal hier Badezimmer. Das auch stockfinster ist, aber hier ist bestimmt ein Lichtschalter. Garantiert auch Licht, also Licht ist da, aber Lichtschalter ist wo? Ist hier kein Lichtschalter? Nein. Keiner da. Wasser funktioniert schon mal. Ist Klo auch? Klo funktioniert auch, kann man hier aufmachen? Nee. Also, wenn wir schon mal pinkeln müssen, wissen wir, wohin. Okay, hier kommen wir nicht rein, aber ich hätte ganz gerne ein Licht, das brennt, aber gut. Dann gehen wir mal raus und gucken mal, was Dungeon Nightmares uns so bringt. Oh, da ist ein Teddy. Hallo. I should leave the bear in case they come back. Wer denn? Wer is they? Was ist das denn hier? Ein Bild. So. 308. Room 308 ist lockt. Okay. Was erschreckst du denn so? Irgendwie, ich mach mal ein bisschen leise auf den Kopfhörern, einfach schon mal so rein. Profilaktisch. You do not have the key to room 305. Hä? War das nicht vorhin schon 305? Nein, 308. Tatsache. Tatsache. 306. Room 306 ist lockt. I need the key. I need the key. Oh Gott, ich hab echt ein schlechtes Gefühl, weißt du das? Och nö. Ich geh mal hier weiter, weil da kommt jetzt bestimmt irgendwas. Was? Und wie läuft denn der eigentlich? Hat er ein Trampolin unter den Füßen? 301. I need the key. I need the key. Der stellt bestimmt so, wie nennt man die, so Federn im Schuh. Oh nein, wir sind in einem Aufzug. Das ist ja nicht mal ein richtiger Aufzug. Wir haben das Spiel geschafft. Die Rooms sind alle lockt, aber wir haben das Spiel durch. Press C to spark a light. Och nö. Press M for map. Wait until you get off the elevator. Ich hab echt ein sehr, sehr ungutes Gefühl dabei. Ich stürze bestimmt ab. Och Gott, nee ey. Find the artifact and exit. Och nö. Okay, hier haben wir die Map. Och, ich will das nicht spielen. Warum ist denn da so kurzes Licht? Ist ja da gar keinen Sinn. Ich will das nicht spielen. Ist in einem Keller. So ein bisschen wie Volksbadkeller, ne? Ja. Okay. This was used for drinking. Blood. Okay. A bit of blood can be seen. Ähm, kann ich das nicht mitnehmen? Okay. Vielleicht möchte ich ja auch nur mal ein Stück Blut haben. Was soll denn? Was war das? Hast du das gesehen? Ne. Just an ordinary ways. Da wurde auch Blut getrunken. There are blood stains on the inside. Da sind Blutspuren im Inneren. Das Blut sieht frisch aus. Oh, ne Schere. A bit of blood can be seen. Ein Stück Blut. Ein Stück Blut. Ein Stück Blut, mein Schatz. Weißt du, dass du hier ein Mikro hast? Ja, ich weiß. Also, mich hat man vorhin auch gehört, also. Ja? Ja. Hat man das? Ja. I do not see anything inside. Ja. Dann bück dich. Jung. You says. Da ist was. Ich hab's gesehen. Hast du das gesehen? Ich hab's gesehen. Da war was, oder? Oder wir sind einfach nur paar... Nein! Dreh doch nicht auf die Ratte, Mensch. Hast du das nicht? Hast du die nicht sprechen gehört? Natürlich hab ich sprechen. Das war ein Mann. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich will nicht mit dir jetzt zu tun haben. Du machst dir viel zu viele Sorgen. Ha. Wer hat das zurückgelassen? Wer hat das zurückgelassen? Ich weiß ja nicht mehr, was es ist. Da sind Blutspuren im Inneren. Ich hab' auch Blutspuren im Inneren. Mama? So, das war Dungeon Nightmare 2. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder bei Stacking oder Hitman, Blood Money oder Barbie. Barbie? Ja, let's play ich jetzt auch danach. Das fang ich direkt danach an, weil ich das sonst nicht mehr aushalte. Oh, da ist ein Skelett. Och nö, das macht bestimmt irgendwas. Das grinst dich an. Nothing special about this skeleton. Wah. Ein Pool. Ich hab' unseren Pool gefunden. Sag ich doch, voll Volksbad. Schwimmhalle 3. Ha. Ha. Das war das Rohr. Mein Rohr juckt. Wir sind echt paranoid. So. Press C to use candle. Och nö. Finde ich jetzt nicht wirklich besser. Ich kann heute noch nicht mehr schlafen. Guck mal die Augen. Oh, die bewegt. 13. September 1983. Ich bin so hungrig. Jemand soll mir helfen. Alice. 313. Fand die Exit. Oh, nein. Och komm schon. Ich hab' so das Gefühl, dass uns irgendwie... Oh, wir können rennen. dass die Decke uns auf den Kopf fällt. Wer da ist, wo wir 2008... Kamen. Äh, andere sind hier auch, äh, verschwunden. Kamen. Tja, daher kommt das Ziel auch für dich, für dich sterben. Kamen, her. Dat, liebe Freunde, das ist Kamen. Das war Kamen. Ja. Nur, wo ist der Ausgang? Hallo. Hallo, ich würde gerne... Kann ich nicht hoch? Nein, du kommst nicht hoch. Ich... Wie war das das denn hier? Candle. Kommst du nicht hin? Ja, klar komm ich da hoch. Nein. Was ist das denn hier? Was soll das denn einem eigentlich auch bringen hier? Drück vielleicht mal länger? Ne, das ist bloß zu Sparker Light. Kack mich doch an, du bist der Kackermann. Also, wenn ich nicht schlafen kann, ist deine Schuld. Du wolltest das spielen. Bist du auf ein Glas Wein? Ach, jetzt nicht, aber... Wo bist du? Wo bist du? Mein Sonnenlicht. Oder? Hallo? Na, wer ist denn da? Ja, wer ist denn? Ich habe so das Gefühl, wir laufen dem, 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 dem. Genau in die Arme. Ja. Blut. Hast du schön gesehen? Oder ist eine Kiste? Ich gucke einfach dahin, da fühlt man sich irgendwie sicherer, ne, oder? Nein, aber mein Gesicht sieht man fast nicht, wegen meinen Locking-Haaren. Mensch, hier die Abflüsse sind aber auch scheiße und die Mietpreise sind hoch, weißt du? Bieter kümmert sich ein scheiß Dreck um dich. Hier überall da Staub und dann Nebel, was ist denn das? Türen sind scheiße. Die machen Geräusche. Ich mache hier trotzdem auf, ja? Also, ich, es tut mir echt geil, wenn man in einer YouTube-Aufnahme nichts sieht, aber, das tun wir hier, wie gesagt, auch nicht. Dementsprechend. Das muss jetzt nicht so viel. Okay, bringt uns die Karte was? Die zeigt uns, wo wir schon langlaufen sind. Hm, geil. Oder wo wir noch langlaufen können. Aber schön lächeln. Erstmal ein Stück Wasser drauf. Warum muss ich das eigentlich spielen? Warum spielst du nicht? Ja, nee. Du bist doch der Mann. Ihr seid doch immer die Tapferen. Ihr müsst das Burgfräulein, also, oder halt hier, äh, Dingsen beschützen. Das Blut bewegt sich auf dem, äh... Kann ich hier nicht diese Penisklemmerer mitnehmen? Ach ja, und nochmal zur Erwähnung. Da ist nichts drin. Ähm, die Horrorlet's Plays werden natürlich selbstverständlich immer noch... Da siehst du, es bewegt sich. Turn the wheel to exit. Welches wheel? Ja, das ist da. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nein! Nicht weiter runter. Nicht weiter runter. Die Horrorlet's Plays werden, äh, Primary immer noch mit Lisa kommen, selbstverständlich. Aber, ähm, wir haben eigentlich schon mal was aufgenommen zusammen, aber ich hab das nicht hochgeladen und ich hab die Aufnahme auch, glaub ich, gar nicht mehr. Was haben wir da aufgenommen? What? Why am I still here? What? Was? I should check out of that room. Ah, ja, den Schluss haben wir immer noch. Okay. You have the key to room 312. Ich muss sagen, dass diese Lichter echt wenig Licht geben. Ja, ist halt eben diese Billig-Scheiße von Ikea. Nee, hier. Musik ist super. Äh, das ist... nicht im Minasch mit Anaconda. Hörst du das nicht raus? Natürlich. Das hört man noch raus. Als ob jemand in der Toilette wär. Nein, Anaconda, don't. Man muss da bei YouTube ja mal aufpassen, wegen Copyright-Scheiß. Ich hab irgendwie so das Gefühl, irgendwas kommt gleich. Ich auch. Sag das nicht. Und ich hab das Gefühl, dass das Bild auch noch sich verändern wird. 313. Wir können hier komischerweise nicht rennen. Wir können bloß unten... Im Keller. Im Keller rennen. Also merkt euch das, Kinder. In der Wohnung wird nicht gerannt, wenn dann nur im Keller. Fragt sich nur, wo 313 ist. Fragt sich bloß, wer so eine Scheiße hier baut. 313. Wirklich? Ja. Beinahe. Ich hab meinen Ball gefunden. Da ist bloß dran. Das erinnert mich an dieses eine Video. Ah. Ja, ja. Wo dieser Geist aus der Tür rauskam. Verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Ein Video von, äh... Wie heißt der? Hütenakte, glaub ich, ne? Glaub ich schon. Gibt's ja gar nicht, Alter. Gibt er da wirklich rein? Ne, wer kommt da nicht rein? Der Ball, der ist aus Beton. Vielleicht kommt's jetzt aus. Der hat aufgehört. Boah, ich hab Gänsehaut. Ich hab Gänsehaut. Ich hab schon gesagt, die kommt raus. Also, 15 Minuten sind damit vorbei. Leider kann ich nicht... Leider nicht... Leider kann ich nicht mehr auf YouTube hochladen als 15 Minuten. Ach, lass mich doch rein, du Muschi. Eine Wand. Schatzi, wir haben den Schüssel nicht. I think the door is stuck. Ich hab echt schwitzige Hände gerade. Musst du jetzt mal einfach ne lustige Musik dabei vorstellen, haha. Na, 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 na. Kannst du da drüber springen? Ne, ich kann gar nichts machen. Schade. Aber da ist Blut dran. Kinder? Daheim wird nicht gespielt, denn sonst klebt Blut am Ball. Musst du dir jetzt einfach so ne lustige Musik vorstellen, so. Äh, Maja, da, 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 da. Das ist alles zu. Ja, man kann ja trotzdem mal probieren. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ist jetzt jemand da? Nein, ist keiner. Ist keiner. Ach, komm schon. Wir müssen erst den Hotelier finden, der die ganze Schüssel hat. Ich weiß, das ist wirklich noch schlimm. Ich weiß echt noch, wie das schlimm war. Ich weiß echt noch, wie das schlimm war. Ich weiß echt noch, wie schlimm das war. Hä? Von wo kamen du hier? Als Lisa und ich damals Grey aufgenommen haben, wir haben ja dann gegen Ende, äh, wirklich so drei Stunden noch am Stück aufgenommen oder was, und wir waren dann, also die Nerven, die lagen dann am Schluss echt blank. Das war bei mir schon bei Outlast so. Hab ich doch gesagt, Outlast, was hab ich gesagt? Grey. Achso, Grey hab ich ja alleine gespielt. Outlast meine ich natürlich. Wobei, bei Grey war's eigentlich auch nicht besser. Okay. Was ist denn unsere Aufgabe eigentlich? Haben wir nicht gar keine wirkliche, ne? Nein. Geht's jetzt? Sind alle zu. Oder wir haben den Schlüssel nicht. Möchtest du wieder in den Keller? Ich befürchte es. Oh, der Boden ist auch sehr, sehr schön, finde ich. Und auch die Decke, die ist wunderbar. So vertrauenserweckend. Gehen wir wieder in den Keller. Ich will ja gar nicht mehr spielen. Schiss, oder was? Ja. Ich auch. Und wir sehen wieder schwarz. Das ist immer so der entspannteste Teil vom Spiel, finde ich. Ich hab ein bisschen Gänsehaut. Ach, komm schon. Ich hab irgendwie die Befürchtung, dass dieses Dings hier irgendwann mal auseinanderfällt. Ach, nö, wieder von ganz vorne anfangen. Ja, das ist eine neue Runde. Ach, komm schon. Sieht man nicht. Das ist immer nur die erste Kiste. In der nichts drin ist. Ich will nicht mehr. Ich werde mir in Zukunft mal einen Computertomographen mit hier hinstellen, der unseren Blutdruck die ganze Zeit misst. Der wird dann da unten im Eck mit eingeblendet. Das wäre echt cool, oder? Ja. Ey, hör auf, das zu machen, dann krieg ich noch mehr Angst, ey. Ich glaub kaum, dass da jetzt was drin ist. Außer, dass noch vielleicht nochmal eine Tür rattet. Rattet? Rattert. Kann man ja nicht wieder zumachen. Ja. My inner con not don't. Kiste. My inner con not don't. Ich fühl mich wie so, äh, hier. Oh, Schlüssel. 304. Muschi. Äh, bei welchem Spiel muss man... Oh, das war die Tür. Oh, oh, oh. Was? Ah. Ich bin nicht... Du fliehst so laut, Heidi. Ich bin nicht erschrocken. Na. Äh, was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Nö, wir kommen hier gar nicht raus, oder? Nein. Auch ficken. Bei welchem Spiel muss man noch mal Kisten sammeln? So komme ich mir grad vor. Gibt's viele. Kisten oder meinst du, äh, Slender mitstehen? Nein, Kisten. Keine Ahnung. Man erkennt... Ach, hier, äh, Minecraft. Ich muss mal noch Kisten sammeln. Hey, mein Herz, ne? Man sieht das vielleicht nicht, aber uns geht's ziemlich dreckig. Da steht einer, da steht... Ach, das war ein Skelet. Mami? Das bewegt sich. Ja, jetzt ist Licht. Jetzt bewegt sich's nicht mehr. Ich hab so das Gefühl, das Ding verfolgt. Und... Alter. Ach, nö, macht keinen Scheiß hier, ey. Hinter dir ist ne Kiste übrigens. Wir müssen nur doch das, äh, hier Exit finden. Ich will nicht mehr. Boah, er leckt mich doch am Zipfel, du. Das hört sich an, wie Brutas kocht. Hey, du hast eine Wattrichtung. Oh, ich versteck mich jetzt hier. Küsst du nicht. Alter, ich muss echt aufhören. Kein Scheiß, mir geht's gerade echt schlimm. Kein Witz. Alles ist gut, das ist ein Nullspiel. Möchtest du weiterspielen? Nein. Komm, du spielst weiter. Ne. Och, nö. Wir spielen eine Frau, also ich muss schon bitten. Wir sind noch nicht mal weit gekommen. Wir finden jetzt noch den Ausgang, gehen in den Raum und das war's dann. Es ist kein Scheiß, ich bin, ich bin, ich hab keinen Bock mehr. Man sieht immer weniger. Es ist ein Skelett und, und, wir haben echt noch viel vor. Wir sind, deine Mutter. Also, Leute, das ist kein Spiel, was so einfach, äh, geht. Nein. Es ist nämlich nervend aufreibend. Und das sieht auch, ich bin mir sicher, das sieht in der Aufnahme immer so voll easy aus. Man den so, pfff. Spielt es selber. Der Download liegt jetzt übrigens in der Beschreibung, falls man sich das antun möchte. Ach komm schon, fick dich doch hart in deinen Arschloch. Aha. Ach komm schon, das ist doch echt. Was? Was? Die kann nicht mehr, würde ich mal sagen. Doch, kann. Oh Gott, muss die so schleichen, oder was? Ich will zu meiner Mami. Boah. Weg baut sich so in den Keller, ehrlich. Da würde ich niemals alleine runtergehen, wenn selbst wenn ich mir so einen Keller bauen würde. Ach komm schon. Das ist kein Keller, das ist ein fucking Labyrinth. Deswegen sag ich's ja. Komm, wo ist dieser scheiß Aufzug? Oh, nee, ey. Wirklich. Ich werde dem Zentral vor meinem Keller auf. Nee. Okay, ja, wo man nach... Ja, ich wollte zwar recht sagen, aber... Leck mich am Muschi. Wow, wow, wow. Wow, wow. Hoppala. Wow, 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 wow. Wow. Man sieht halt wirklich ziemlich viel... Oh, nee, jetzt sind wir wieder. Ach komm schon. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah. 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 Der Skelett hat uns ermordet. Ich glaube, eine halbe Stunde ist eine gute Zeit, um aufzuhören. Oh Gott, oh Gott. Und wir spielen gerade schon eine halbe Stunde. Aber so haben wir ja gerade gesagt. Oh, du bist so toll. So, liebe Leute. Wir beenden an dieser Stelle einfach mal Bandischen Halteners 2. Wie schon gesagt, der Download-Link ist unten in der Videobeschreibung. Falls ihr euch das Ganze selber mal antun wollt, dann tut das bitte. Seid so frei und probiert es selber aus. Weil wie schon gesagt, in der Aufnahme sieht das alles viel, viel einfacher aus, als es dann im Prinzip auch wirklich ist. Es ist schlimm. Wirklich schlimm. So, dann würde ich mal sagen, wir beenden dieses kleine Angezockt mal an dieser Stelle. Schaut bei einem anderen Video vorbei. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, euer Let's Be Games for You. Ciao. Ah, jetzt muss ich nur auf Stop drücken. Jetzt müsst ihr einmal dabei sein, bis zum bitteren Ende. So, bis zum nächsten Mal.